hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge jetzt wieder irgendwie aus dem Ritualraum so ich muss mal grad gucken wie am besten hier runter ist ja das hat natürlich super funktioniert das was er hier das kann ich haben irgendwas zum unterbrechen dabei da ich schwöre ein Ritual unterbrechen ich glaube da wenn wir das getötet haben ist das ist ein bisschen bang in die Küsten manchmal ja ok nur ich wusste nicht dass man das nur einmal anklicken braucht beim letzten mal weil sich nichts tat erstmal weil es etwas verbuggt war wie ihr einmal im Pad erkennen könnt ja hatte ich nachher dann zehn stück hier stehren von den komischen elementaren das war toll oder wenigen auch nicht auf den Ausgang ist der Ausgang hallo Ausgang wie war das noch mit dem Ausgang manchmal kann die einfach hoch laufen muss man auf der anderen Seite hochlaufen da muss man auf der anderen Seite hochlaufen ah ich glaube das sieht besser aus oder auch nicht tja der Kumpel denkt er kämpft mit irgendwas auch immer da muss ich aufpückeln und hier ist der Ausgang ok dann kommen wir doch wieder oben raus das ist auch nicht verkehrt auch nicht verkehrt manchmal ist das schon ein ding so schicken wir auch gucken wir haben so geilen Urschatten zusammen da kommen wir doch jetzt hinten raus weil über uns ist die Brücke kompliziert manchmal hier kompliziert aber wie ihr seht die liegen überall Skelette von daher sind wir nicht die einzigen die immer sterben wenn die pullen äh wenn man irgendwas pullt dann ja das streikt alles mit so gucken wir da rein heilen wir den erstmal 10 Sekunden haben wir Sekunden nach noch direkt eine Heilung raushauen und nochmal das ganze wenn man sich gut anschuldet kann man fast nie sterben fast aber die Klasse die am wenigsten stirbt so schönste Palle nicht wie gesagt die kommen wir immer im bulk im Wandel ok das war jetzt nicht so der Teil des Plans aber gut warum kriege ich den Lumpen ganz klar weil ich es kann auch das gefällt mir mit dem Alnes Agrias das ist gut ich glaube ich glaube ich glaube da hat er einen Belutungseffekt drauf klick 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 was anstrengend hier nervenzehrend so jetzt würde ich natürlich am liebsten wieder da hoch aber das geht leider nicht das heißt wir müssen hier rausreiten so gut es geht das ist dann jetzt gleich sehr wahrscheinlich Level Up nach der Quest und dann bleiben wir noch hier für die Folge und ich denke in der nächste Folge sind wir uns dann in Area 52 weil ich kann die grünen Wölkchen hier nimmer sehen so jetzt müssen wir hier kommen wer einer abgeht und hinten bei dem Geist bei dem Verräter so wo und Ok, die Befehle haben wir eben quasi gesehen, die lagen auf dem Boden vor uns aber da konnten wir sie noch nicht mitnehmen Geisterneinwalt, die die Quest abschließen Was gehen wir denn? Machen wir das Das sind wahrscheinlich eh W-70 sind noch mal umskillen Von daher So, was gibt der uns? Blutwurst Blablabla, haben wir denn noch irgendwas zum abgeben hier? Pro Gruppe fertig, Malesagrias Und deshalb, die Malesagrias haben wir fertig Dann, gehen wir kurz nach Shadrat Geben die Malesagrias ab und ein paar teuflische Waffen Zwei Das ist nämlich cool Dann können wir uns dann direkt angucken wie das ist Ich meine, hier kriegt man nämlich auch IP für Malesagrias Hier oben Müssten wir eigentlich teuflische Waffen abgeben können Aber normalerweise ist das auch eine Quest gewesen, meine ich Ja, 350 rufen sogar Ah, 350 rufen sogar, okay Sehr gut Ich habe zwar kein IP dafür, aber gut Das heißt, wir können nochmal mal der Dessagrias abgeben Und zwar, hier ist doch supi, erstmal aufs Völle geschmissen, Post verschicken und dann gehen wir mal zum Flugpunkt bzw. erst zur Bank, ein paar Sachen draufschmeißen. Ach, wo ich das sehe, ich habe immer noch keinen Dienst gekauft, noch keine Steine. Da war auch irgendwo so ein Steinfuzzi. Mein ich, mein ich. Mal gucken. Wenn hier war auch irgendwo so ein Typ, wo man Steine kaufen kann. Aber ich weiß nicht mehr, wo der war. Das ist gut, ne? Ah! Da! Ich will den Bedarf, über den Schleifen, über den Bedarf. Ups. Haha, wir brauchen Beweglichkeit. Vier. Drei Stück. Lasst stets Barmherzigkeit warten. Guck mal, nämlich Sockeln. Das ist cool, das ist cool. Und dann ist die Mütze im Brüssel. Verdammt, ich dachte, die ist besser als meine. Teufel ist ja Mist. Oh, die Trefferwaltung. Oh, die die trottet man. Seid herzlich gegrüßt. Meine Trefferwaltung ist immer besser. Ein paar andere Sachen, also Trefferwertung würde ich immer vorziehen. Kuchstäbe, aber nichts anderes für uns. So, gehen wir zum Flugmeister, das heißt, wir sind in der nächsten Folge in Array 52, hier. Hier mache ich vorhin noch einen Zwischenstopp und Kaufpatronen ein, in Haller, weil die werden so langsam etwas knoppe. Lassen Sie so etwas bitte. Ein morgendlicher Car-Run, okay. Hardcore. So, ich würde es sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, let's play WoW, The Baron Crusade, und lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, empfehlt mich, teilt mich, whatever, wir sehen uns in der nächsten Folge, auf Wiedersehen.